Nach meinem Studium in Paris habe ich einen Job in Wien gefunden. Ich verliebte mich sofort in diese schöne Stadt und ihre schöne Frau. Ich habe keine Sekunde gezögert, hier ziehe ich mich ein. Und ich fing an als Bankangestellter zu arbeiten. Dort habe ich einige lustige Kollegen. Zum Beispiel gibt es der Kollege, dessen Gesicht ich nie gesehen habe, weil er immer so geht. Oder der übermotivierte Kollege, der sowas sagt wie Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen und einen erfolgreichen Arbeitstag. Ich war auch früher ein Mommel, als ich in Paris war. Ich habe für die größten Modehäuser gearbeitet. Yves Saint Laurent, Christian Dior, sogar Kik. Ich mache auch sehr viel Sport, um diesen perfekten Körper zu halten. Jeden Tag Fitnessstudio und Outdoor Sports. Ich habe sogar mit meinen Bandkollegen von Missgeburts einen Song darüber geschrieben. Fitness Training Als ich zum ersten Mal das Album Dangerous von Michael Jackson hörte, wurde der Musiker in mir geweckt. Ich bin so ein Fan, dass ich selber Michael Jackson bin in gewissen Situationen. Zum Beispiel, wenn ich Frauen anmache. Ich gehe so Hey Girl, lass uns einen Selfie machen. Ich bin in Tunesien geboren und gehe immer wieder gerne in meinem Lieblingsrestaurant Le Couscous Chirachid, um den leckersten Couscous Wins zu genießen. Dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen und Menschen zu berühren, ist einfach unbezahlbar. Und solange ich kann, werde ich weitermachen. Ich bin Wali Dazak, Musiker und Kabarettist. Assalamu alaikum.